Deppert der Herst! Wo ist der? Hm. Ach so, der Bock! Hey, der, der, der spielt die! Michi, was ist denn los? OUDA! Was soll's los sein? Kultsticker aus dem Irgendwo. Erb. So geht's mir auch die ganze Zeit. Und da hab ich ja nicht drum laufen können. Haha. Aber ich versuch müssen es oben zu kriegen. Ich helfe wohl ich ihm. Oh Gott, das war meine Hilfe, du blöder Bock. Der heißt ja eigentlich schon, der Bock. Sein, sein Help. Ja. Ich brauch Heilung. Ich brauch Heilung. Ich brauch Heilung. Ja, 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 jeder kriegt Hilfe. Helfe, helfe. Ruf mal, Urwee, dann find ich dich. Oh, jetzt hab ich Stahlfäuste, Alter. Keine Stahl-Eier. Sterbt. Ihr geht wie pervers. Wer hat mich... Ich kann mal einen gesehen. Ich bin ab jetzt Steel Erb. Steel Erb. The man with the iron fist. Ich bin nicht bei denen oben in Lüftungsschach. Ich könnte jemanden gebrauchen. Ich komme! Hier! Overcharge mich, Motherfucker. Ja, weil um die Seite... Overcharge! Okay! Pfff! 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 Was war das denn? Was war das denn? Er wird fest! Wichtig! Oh ja, 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 ja! Das ist einfach so böse. Du Teppert. Wie viel hast... Oh my god. Hast du's gesehen? Hast du's gesehen? Ja, ja, ich hab dich ja geübert. Ich hab' nur mich geübert. Du weißt gar nicht alles sofort wieder. Scheiße, das waren ja viele. Warte, was ich. Das waren ja fast zehn Leute. Die da rausgekommen sind gleichzeitig. Die brauchen auch zehn Leute gegen uns. Wir sind sowas wie Budspens und wie als Ziel. Wieso ist Michi so leise. Hallo? Hallo, Michi? Ja, hört ihr mich nicht? Ein Hoch auf random crits. Hört ihr mich? Ja, jetzt hören wir dich. Oh, sie üben, hauen ab. Aua! Hi! Da oben! Und critten tun sie auch. Ja, üben auch noch. Aua! Aua! Die wurden alle gebalanced, sehe ich gerade. Die waren alle bei uns im Team, die jetzt gut waren. Fühlschrank war bei uns am Anfang. Wir sind alle gut, entspann dich. Was, die sind gut, ich merke nix. Wir sind gut. Ja, das stimmt. Wir sind gut. Sagt man zumindest im Vollzimmer. Ah, warte, renne ich nicht nach vorne, wenn ich... Ich muss euch leider halten. Kann hier jemand irgendwie so ein Dings aufbauen? Wohl auch weiter. Ein Dings? Ein Dings und ein Tanks. Mit dir noch drei Punkte waren. Max, ich bin nur bei dir gewesen, du Nudeldeb. Nudeldeb. Wie kann ich nur für Stream schreiben? Das ist aber sehr gemein, was du da sagst. Äh, Y oder so? Achso, hier ist der andere Stimme. Boah, ich geh da oben, da oben ist ne Menge Fun. Boah, die wollen die Medik killen. Schau, dabei hab ich das extra so schön draufgebracht. Ich werde dominiert, oder was? Ja. Geil. Wir haben einen Spy in unserer Base. Haben wir? Ja. Glaubst du es ist in der Base? Oder ist es nur so, dass du sagst? Es ist in der Base, ich bin gegen den gestolpert. Max, treff ihn! Treff ihn, Max! Was? Ich bin weg, ich hab keine Muni mehr. Haaa? Hab ihn gekillt. Brav. Braver Medic. Echt mit einem Medic-Gun. Ich glaub's nicht. Ja, sicher. Mei, jetzt ist verrückt. Ist einfach so. Warte, Max, ich probier dich zu heilen. Bleib, bleib. Probier's. Und Oxy, bleib zurück, ich brauch jemanden dann zum Übern. Die hängen an der... OOOH! Ja. Okay, Oxy. Hi. It's Showtime. Action! Man kann ja unten links grad laufen. Moment, ja! Ja, die, ja! Moment, ja, die, ja, die, ja! Moment, ja, die, ja, die, ja! Ja, die, ja, die, ja, die, ja! Ja, ich will diese Santry! Auf jeder Seite kommt er mit, was macht er! Auf jeder Seite wir die, was macht er! Uuuh. Ja, die Santry hab ich ja irgendwie geschnitten. Ja, aber wir hätten uns den Punkt geschnitten können. Ja, aber wir hätten uns den Punkt schneiden können. Wurscht, die Santry ist weg, und der Heavy ist am sterben. Wir hätten sie eh nicht nehmen können. Ich hab's grad genommen. Ich bin hinter dir. Ah, da waren zu viele Leute. Fünf oder so. Oh, fünf Stickies! Decks! Acht! Alter! Ich hab wenigstens noch die halbe HP abgenommen. Aber... Ich brauch Muni schon. Muni? Muni? Nein? Gar nicht? Niemand? Ja, Muni muss dich selber kündigen. Ich komme. Und ich bring die Liebe mit. Muni! Muni! Ich mach sie jetzt. Hahahaha! Urban Punch! Punish sie tot. Der critet auch noch. Mist, dann hab ich mich gewartet. Und ich bin wieder weg. Hast du Sinn? Bro, du brennst eh. Danke. Hä, wieso bin ich jetzt im blauen Team? Musst du wegslamm wieder. Wenn du zu gut bist. Hm. Wegslamm einfach wieder. Das Spiel ist farben blind. Nein! Scheiße. Und? Urbi! Was geht's? Ja, aber ihr seid zu viele. Ja, wart kurz. Wir machen das gleich. Wechsel. Ein bisschen. Oh yeah. Wenn einer von euch da ist, sagt sie mir bitte. Ach. Die zwei unten. Die zwei unten, Kurt. Ist jemand unten bei ihnen im Intel-Raum gewesen? Ich bin jetzt im anderen Team ja wunderbar. Ja. Wart. Ich wechsel wieder. Zuschauen, ja. Oh! Was kommt denn mit Critz da raus? Ja, Michi, wieso bist du noch immer dort? Ich bin auf Zuschauen gegangen und plötzlich... Wart. Ich bin jetzt da. Wetzel. Danke. Bist du drin? Ja. Gut. Immer Bescheid sein. Danke. Aber ich kann da nicht schauen zwischendurch. Ja, passt schon, danke. Oxy ist ja ein Wunderwuzi. Oxy hat voll die Tricks drauf, Mann! Du oller rossacken Schlemmer. Sieht da anders eher. Kanalraubchen schürfen. Nice, ich bin oben in den Tunnel. Max, ich hab dich grad schon Spy gehalten. Ich bin schon seit in der Sekunde, wo ich dich gespytrickt habe, bis du in Flammen machst. COMPETER! Ich überleg grad echt die ganze Zeit, ob ich Spekteterein und Urbi beobachte. Du guck' das doch mal an, oder? Echt jetzt? Was bringt der Teleporter hier? Ich nehme mich die ganze Zeit auf. Schäfze, das weiß ich, ist viel besser geworden. Danke schön. Dann hat der viel mehr Spaß. Zentri muss noch da. Wo es ist, Zentri, Mann? Hinter der Säule. Im Flammerz-Level. Ganz im Flammerz-Level. Sonst hättest du mir eh schon längst die Punkte wieder. Nein! Unterhaltungs-Level Urban. Jeder entzogen. Ich hasse Stickies langsam. Wartet, wartet, wartet. Max, ich will dich nutzen, aber ich... Aber das bringt dich nicht, ich mach'n Pyro. Oh, da ist er noch. Boah, Alter, der Bock! Action! Mach dir Sentry Platz! Wo ist die Sentry? Hinter der Säule! Kommt! Sentry Platz! Sentry Platz! Alles kaputt! Geht's weg da! Weg da! Wieso geht das nicht? Wenn ich schreibe, muss das funktionieren! Wenn ich schreibe, muss das auch! Danke, Malt! Ich hab mir gedacht, nach dreimal kann ich's auch mal nehmen, wenn's keiner will. Der Bock hat mir hier hauen, ey! Voll Bock! Der hat voll keinen Bock, ey! Wuppern, was hältst du mit? Du hast doch gar nicht gissen! Was? Alter, wie... Bin ich hier jetzt zurückgekommen? Ich war bei denen! Ich bin wirklich in den falschen Teleporter gegangen! Bist du jetzt ins falsche Team gegangen? Oh Gott dammit! Was? Ich hab's abgelogen! Ich hab's nicht klar, ich klau den Koffer! Nein, Mann! Ich war doch bei dem in der Lüftungsschacht! Wie soll ich bei mir wieder rauskommen? Das ist eine Frage, die wir uns auch jedes Mal stellen! Nacheteleport ist ein Bescheid! Äh? Was für... Äh? Ich denk jetzt grad, ich klau den Koffer, weißt? Dann plötzlich schaue ich das! Oh! Heavy im Sack! Heavy medic! What? Und ich bin weg! Weg, 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 weg! Und ich bin weg! Ihr werdet sowas von sterben jetzt! Was? Hey, ich bin im anderen Team! Ich mag nicht! Hm! Mag nicht! Gleich, Max! Wir sind hier grad beschäftigt! Wir sind hier grad beschäftigt! Oh, danke! Ihr denkt an mich! Es ist Backtäter! Ähm, das sind dann Bon-Dinger! Danke, dass du's machst, Doxy! Schau dem Uubi zu! Uubi, mach's dir alle Plan! Okay, ich bin über! Los, Uubi! Uuuu! Links, rechts! Uuuu! Würfe! Pyro-Namen! Alle nacheinander! Alle nacheinander! Da fehlt noch einer! Da fehlt einer! Hä? Warum gehe ich jetzt wieder in die falsche Richtung? Wo gehst du? Ja! Wo gehst du? Ach, das ist nicht irgendwie! Da kam die ja! Ja, ja! Wir haben ja mal aufgeräumt! Okay, warte mal! Können wir uns mal dich! Ne? Mach mal! Ich bin hinter dir, mich immer! Und du stirbst! Und nicht stirbst! Ach, du stirbst! Bist zu langsam! Ich mag jetzt die Krits-Medic noch! Das ist Krits-Medic! Krits-Medic? Krits-Medic! Oh ja! Ach, der hat den so angebracht! Jetzt macht's Sinn! Komm, kritzl wem! Ja, das ist bescheuert der Täler wahrscheinlich! Hm! 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 Wo will ich? Du lebst gerade noch irgendwie! Ja, heil mich doch! Ich tue ich doch! Ich kann nicht schneller! Du müsstest weniger Schaden nehmen! Hm! 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 Kann vielleicht jemand probieren das zu nehmen? Hm! Ich müsste es mal eine höhere... Warte, bleib! Irgendeine Send- Irgendeine Sendung ist rausgegangen! Was ist die? Ich hab gerade aufgeräumt, wie ich gerade aufgeräumt hab! Wie ich gerade aufgeräumt hab! Wie ich gerade aufgeräumt hab! Bin ich so awesome! Bin ich awesome oder bin ich awesome? Super awesome! Danke, dass ich awesome bin! Everfang is awesome! Wieso? Hast du... Was hast du gemacht? Hast du das gesehen? Ich hab einen Pfeil reflektiert! PUSHER! Ah, leider! Ja, ja, ich bin schon da! Nein, der critet! Alter, shit! Boah, Alter, da ist ne Level 3 Sentry! Könnt ihr die jetzt mal aufhören, mich da wegzuschubsen? Jo, mal! Hallo! Ich glaub, sie hören dich noch nicht! Du musst lauter schreien! Komm und weg! Bist doch zu leise! Boah, der Bock! Du erländiger Wichser! Warum kommt jemand in die Gegend? Der ist bestimmt Bremer! Touch mich! Charge mich! Naja, ich bin erst bei 40%! Brauch einfach über, dann geht's schon! Uh, Heldshot! Uh! Oh, den Heavy hab ich zerlegt! Warte, ich halte dich! Wieder da! Alter, dieser scheiß Sniper-Schütze da drüben! Ja, ja! Kotzt mich so an! Da steht nur Level 1 Sentry, die zerlegte ich! Ja, die ist nervig! Aber die 3 ist das nerviger! Nein! Was? Der 1 ist weg! Das ist cool, oder? Wie viel Prozent? Oh, sehr schön, dass ihr Hund! Warum ist mein Heavy plötzlich weg? Ja, weil ich, ähm... Echt jetzt? Gehatshotted wurde! Nicht du, der... Echt jetzt? Der MPC bei 96% plötzlich weg! Hinter uns kommen sie! Alter! Oxi, hinter uns werden gleich welche droppen! Oh! Oh, übern! Weg, 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 weg! Übern? Ich merke nichts! Ja, oh! Ich hab zwar so blau leuchtende Leute gesehen! Puscht die Wichser! Die übern nicht mehr! Los! Jetzt übern wir gleich! Irgendwann! Noch nicht! 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 Jetzt! Du Bock-Wichser! Das war Gnaboxi! Ja! Aber ich kann dich nicht halten mehr! Was willst du jetzt für einen Critz haben, hey? Soll ich mit Critz jetzt? Für euch! Ich hab' dir für den Lumi gemacht! Ich hab' dir für den Lumi gemacht! Hoppala! Soll ich jetzt echt? Soll ich jetzt echt Soldier gehen? Na gut, wie sein muss! Nein! Ich hab' ich überlegt durch Spy-G! Ja, das wär' ich schlecht gerade! Ja, ich bin ein Sau schlechter frei! Oh, das war's geil! Rotlaufe-Weiß! Ach, glaub mir! Um 0 Uhr bekitzt er die Dicker-Konferenz oder was? Ich lass' euch alle wegrennen und sterben einfach! Lalalieee! Lalalieee Lalalalala! Fliegen die Körperteile! Dominik ... Wie wärs da wenn wir alle zu fünft haben? Schon fünftig! Ahhhhh! Sonst sterben wir alle unter der Nase weg! Ich hab nur noch mal ein... Oh, oh, die wird scharfen... Wuscht? Alle sterben unter der Nase weg. Das gibt's ja nicht. Ja, ich weiß. Jetzt weißt du wie's mir geht. Nein. Oh, du sterbst schon soorgerig, als ein Trebot rauskommt. Echt jetzt irgendwie, der Miles heilt gar nicht mehr. Was, was ist mit dir? Willst du erwatschen? Wo fischst du? Ich bin hinten gerade, ich wurde gekillt. Ich heil gerade Max ein bisschen. Lohnt sich nicht. Oh ja, er ist Medik, er hat der höchste Vorrang. Alter, wie kritten die? Ich bin ganz witzig, wie der Autobahn ist, das nervt. Das nervt, das nervt. Das nervt und nervt und nervt. Das nervt. Äh, wir waren rot, genau. Danke, Oxy. Nein, ich komme nicht rein. Okay, warte, ich gehe noch mal raus. Du hast zu wenig Munition, du hast zu wenig Munition. Mach mal. Was willst du machen? Lästig. Ich bin am Oxen, ich bin mal her. Das liegt daran, dass ich keinen Urban Punch mal mache, weißt? Warte nur. Du hast doch kein Head-Off eigentlich, so erkennt man dich ja gar nicht. Würde ich auch gar nicht wissen. Ich habe nur eine Mütze und ich habe gesagt, die sind ja jeder Noob an. Dann habe ich eine, wo alles in Balance macht. Wie will ich das machen? Okay, machen wir es anders. Einen Moment, du kriegst das von mir, Irby. Moment. Danke, Max. Na, cool, Runde. Ja. Klar, Max, du bist so recht tot. Ach. Ich bin und ich lebe noch. Ich lade dich zu einem Traitor ein, als du nicht erschreckt bist. Nein! Nein! Ich bin gerade an ihrer Basis. Soll ich runter? Okay, später dann. Soll ich runter? Nein, nein. Ui. Soll ich runter? Ja, geh runter einfach, stirbt er da. Stirb verdammt. Alter, gegen die Sentry kommt schon gar nicht ab. Ah, Max, ich habe gedacht, du wolltest lernen gehen. Ja, scheiße. Max war lernen. Eine Runde. Eine Runde, höre so gut aus. Eine Runde, stimmt. Eine Runde, Zeitpunkte brauchen wir noch. Dann darfst du lernen gehen. Außerdem, ich habe immer noch morgen Vormittag. Ja, eh. Ja, ich habe drei HP, ich habe drei HP. Oh, ich habe höchstem Level. Hab dich. Zwei Medics, das ist gut. Okay. Hm, zwei Medics schmecken gut. Weg mit dir, weg mit dir. Die übern unten. Weg mit dir. Ich schieße weg. Wie übern die so aus? Beim Springen, Alter, habe ich dem Headshot verpasst. Ja, die Zeit haben sie dazu. Da, Kritz kann ich gegeben, wenn du willst, Axie. Kannst du Michael, Max? Oh shit. Achtung, da aufzüttet. Level 3 Cent, wie... Ah! Du gehengeschleudert hier, ey. Danke. Ich könnte übern, ich bräuchte einen Freiwilligen. Achtung, die sind da oben. Ja, lass uns. Warte, warte, ich werde gerade angegriffen, ohne dass ich weiß, woher ich angegriffen werde. Ach, kack. Das ist eine Level 3 Cent für ums Eck, nebenbei bemerkt. Okay. Okay. Ich habe bis es. Oh Gott. Ich habe uns gerade in den Arsch geheitert. Stuck is everywhere. Du, das geht so erstellen. Was ist, geht denn hier ab? Alter, da oben kommen gerade zwei Heavys und zwei Demo. Oh. Wir sind ein gutes Team, Max. Hoppala, Achtung, da oben kommen sie auch runter. Relativ. Leute, ich bin jetzt als Bein ihrer Dingens, aber ich brauche jetzt halt jemanden, der mich dann halt raus holt. Das Problem ist, dann kommen die nicht mehr rein. Unterhalte dich ein bisschen. Wieso üben die so oft? Wieso haben die so oft übert? Weil sie die Zeit dazu haben. Die haben mehrere Medics wahrscheinlich auch. Ach du Scheiße. Okay. Wir haben Kritz fertig. Au. Danke. Weg. Ich brauche, wenn er nicht kritzen kann. Okay. Schau mal. Weg hin, jetzt ist er auch noch da. Oxy, ich gehe mit Oxy. Ja. Ich will mit Gott gehen. Gehst du mit Oxy. Los. Wir machen es. Du überkritz ihn einfach. Ich halte die äußere Verteidigung. Warten, wie bist du auch überladen? Dann können wir gleichzeitig überladen und kritzen. Wir haben nicht die Zeit. Wir haben nicht die Zeit. Los, los, go. Jetzt geht es nicht aus. 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 Du stirbst schon. Lauf Oxy. Komm nicht mit. Hat nicht viel Sinn. Die kommen von oben. Da ist nur Level 3 Selfie und Co. Oh mein Gott, die viele, die kommen. Ja, wenn du über hättest, dann wäre das schon gegangen. Ich weiß. Ich habe gesagt, geh hinein. Soll ich sie denn aufhalten? Ich habe Oxy. Komm. Wo? Wo? Hau rein. Wo bist du? Alter. Ich habe dich nicht gesehen. Ich bin da reinkommen. Du hüpft in den Schlachthaus quasi. Das ist echt schlimm, was ich gerade abgeht. Ah, was geht hier ab? Was geht hier ab? Wo bist du? Ich bin beim Teleporter, wo man rauskommt. Weiß ich, wo der Teleporter rauskommt. Ah, ich muss leider. Da, da, ich bin da, ich bin da. Ah, ich lasse, go. Weg, 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 weg. Kannst du vielleicht den Medikill, wenn es geht, Michi? Das ist das Beste, was wir da haben. Weil wenn der Medik weg ist... Nein, das sicher nicht. Ich bin hier über ihre Tritt 3. Wir verlieren die Halle! Nein, wir verlieren nicht. Wir verlieren die Halle! Nein, wir sind die Halle! Wir können nicht verlieren! Ich bin die Halle! Ich bin die Halle! Ich bin die Halle! Geh'n da ab, bitte. Wir verlieren wirklich die Halle! Sag doch, dass wir gerade die Halle verlieren! Mir will ja keiner glauben! Nur weil ich schwarz bin! Scheißniger, ey! Irgendwie verlieren wir die Halle! Ja, das war ich kein Heavy mehr spiele. Oh, warum machst du sowas nicht? Ah, da ist ein Pyro! Ah, da ist alles! Ein Sniper, was willst du als Sniper? Ah, da ist alles! Der ist Minisentry in mir! Alter, ich... Ich bin schon wieder gebalanced worden! Warum ist das mir nicht gleich aufgefallen? Wir werden jetzt alle fischen! So, ich muss mal zuschauen! Oje, Urbi, der Fischmann! Wuhuuu! Jetzt könnte ich endlich mal das sichern, dass wir den Punkt bekommen! Jetzt kommt, wenn ich mal hee hee, also das ist... Du könntest dich hinten... Du könntest dich jetzt endlich... Du könntest dich jetzt endlich... Ich kann ja ihre innere Sniper zerlegen, aber dafür müsstet ihr erst mal... Läuft ein Blinder an der Luft, wobei sagt er... Hi Mädels! Ich schau mal zu dir, was da ist eigentlich! Die ist nicht mehr da! Versteht ihr? Eine Sniper... Wir haben die Halle verloren! Ich sehe die äußere Sniper nicht mehr... Gibt's die noch? Ja, die... ähm... Die Sniper befindet sich jetzt drinnen! Habt ihr gehört? Wir haben die Halle verloren! Ja, ja! Doch nicht! Nicht, während ich mit meiner Mini-Sniper hier rumrenne! Ech! Go, go Mini-Sniper! Oh ja! Mini-Sniper ist geil! Die ganze Zeit nur... Ding, 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 ding! Dann geht's ja kaputt und höre ich wieder... Beef, io X4 Nein ich kann nicht entspübern! Ackeebeill Fühle interessante Bebott dever salvarila Pairaia.. Ding, 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 ding Banana fooo Die kommen unten! Die holen sich den Koffer! Die schwarze Nallda! Die haben nur noch eine einzige Zendrei! Hey, die haben den Koffer gleich, in genau 5 Sekunden. Schaut nicht so aus. Hab ich es gesagt oder hab ich es gesagt? Und sofort wieder verloren, ja. Ich weiß die ganze Zeit, die haben nur noch eine einzige Sentry unten. Die hätte ich killen können, war aber irgendwie nicht wirklich sinnvoll. Das weiß ich schon nicht. Kurz vorm Ziel versagst du, wieso? Die haben sonst keine Sentrys mehr aktuell. Boah, Alter. Wir losen gerade heftig ab. Nein, die genauso, die einfach wir genossen. Ja, wir losen auf beider Seiten total ab. Gute Vollzeitigkeit. Komm her. Ja. Oh, ich wurde auch dabei. Langsam wird langweilig. Machst mich schon wieder. So, die Halle gehört wieder mir, ihr kleinen Fische. Ich muss mal wieder auf den Server kommen, weil ich würde in Blau gebracht. Okay. Michi? Bin da. Da. Okay. Ähm, Uri, wenn du tot bist, sag's mal bitte. Wenn du willst bauen. Okay. Ich geb dir eine alte Nummer. Wo ist Meiz eigentlich? Ich bin grad disconnected, weil ich helfe Blau nicht zu dienen. Ich wäre blöd, wenn ich die Blauen wählen würde. Wir klicken um zu handeln. Ja, Mann. Wie im Keller. Wie jetzt auch auf dem Klo wärst. Ja, warte, warte. Ja, dann handel doch. Ja, Moment. Ich muss das halten. Zielwürfel. Hier. Für dich. Was ist das? Ein Headgear, das ich gemacht habe. Hat nicht gemacht. Okay, dann können wir machen. Enden wir hier mal irgendwas. Okay, ähm, ich komm wieder auf den Server. Wenn ich gewusst hätte, dass die Nummer eine... Was macht die Mütze? Das sieht ja einfach... Die schaut noch gut aus. Mützen am Headgear ist schon einfach noch gut aus. Aber ich will nicht, dass ich... Jeder sieht, dass ich so eine... Dass ich eine Mütze trage von dir. Du kannst dir auch selber Items machen. Das ist alles random. Ich schenk's dir einfach, weil ich sie behalten wollte. Du hörst dich trotzdem an, wie ob du im Keller wärst. Ja, schlecht. Ja, schlecht. Wie im Keller, sag ich ja. Tu mal an dein Headset rum. Besser? Nicht wirklich. Ähm... Ich hab ihn nicht so umgestellt. Verdammt fest. Boah, Alter, die sind vor unserem... Ich sollte dir einmal das Mikrofon weiter nach hinten geben. Boah, dieser Ravel kotzt mich so an. Super Idee, du. Ravel. 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 Er hat alle und... Jetzt reicht's, ihr Wichser. Nur wie du brennst. Mir ist scheißegal. Du bist ein heißer Typ. YOLO. YOLO, oh gut. Komm, sag ich, dass bin ich tot. Was soll der Scheiß? YOLO Chaos. Max. So hieß ich bei einem... So hieß ich bei einem Bierpunkt für mich. Versuch's, ja. Der grittet, pass auf. Das interessiert mich nicht. YOLO, was der? Malz hinter dir, heil mich. Oh, du hast extra Wünsche. Na gut, du hast meine Mütze an, darum heil ich dich. Hey! Warte, warte. Ich hab 99%. Machen wir was. Oh, ja. A boom, papper. Hinter dir. Oben, 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 oben. Oben, oben. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Motherfucker. Boom shakalaka. Motherfucker. Ah, schon wieder dieser Ravel. Aber die Mütze wurde nicht kaputt gemacht. Das ist das Wichtigste. Ich heile Oxy. Ich bring die Liebe. Dominikalika Son. Oh, my dieu. Nein! Ich wollte den töten! Lass mich bitte vorlaufen. Aua. Ja, du wolltest in den Gang hinein. Oh. Boah, alter. Dieser Ravel dominiert mich schon. Ich hasse diesen Typ. Er dominiert dich seit Jahrzehnten. Alter. Ah, ich hab mich gerächt, hahahahahahahaha, also ich geh jetzt rein. Ja. Geh lieber vor, deine komischen Wintermütze. Gib mal, du bist doch nur neidisch. Ich hab die auch. Lass mich mit meiner Homo-Mütze in Ruhe. Die Homo-Mütze von Mais, bitte sehr. Ich geb dir nen Name-Tag, dann kannst du es als Mais-Homo-Mütze nennen. Was? Spion? Ich warte kurz. Ich bin vor 5 Minuten an Spion bei dir. Michi, bitte spiel in den normalen Cluster, bringst du uns mehr. Auch sie? Ich würde verstehen, Michi? Ja, ich auch. Ich, aber was soll's, hey. Ärger dich nicht. Von mir aus. Michael, gräme dich nicht. Hey, ähm, äh, wie heißt du? Miles, guck mal, tu mal jetzt mich hier overcharge und dann geh ich mit Fäusten in den Gang rein. Eigentlich bräuchte ich dich normal ohne Fäuste. Nein, ich will mit Fäuste da rein. Den, den, das Achievement hab ich schon dank dir, danke. Ist mir egal. Ah, fuck you. Dann holst du dir, der Achievement dem zweimal. YOLO, oder was? YOLO, das try's. Warum nehme ich so viel Schaden? Wie sie hier gerade alle kille. Wie sie mich killen wollten? Ich bin in ihrer Basis. Ich bin in ihrer Basis. YOLO. Achtung, gleich von da. Okay, leg mal los. Alter, war ja klar, dass der mit seinen Level-3-Sempty dahinter war. Ja. Ich weiß nicht, wie sie reagiert haben, aber es war lustig. Ah, shit. Was ist das für ein Tele? Wo geht denn der hin? Gar nirgends, so ist es auch schon hier. Alter, da sch- Alter, diese volle Decksziele. Kommst du? Wo bist du? Ich bin tot. Ich bin respounded. Ey, ich hab dich. Das ging schneller als erwartet. Aber mit der Shotgi ist tot, die wirst du nicht schaden machen. Guck mal, jetzt. Ich bin Wolverine, motherfucker. Oh, nice. Okay, wir haben die Halle wieder. Sobald du overcharged bist, gehen wir da rein und dann ownen wir mal. Okay. Michi, nicht gerade der sinnvollste Gang hinein zu gehen. Bleib draußen. Ich schau mal nach, was hier geht. Bis jetzt ist hier kein Schwein. Und ein Demo steht da nur. Okay, kommt. Da kommt jemand. Ich muss nach hinten. Ich kann euch genau sagen, wer im Gang ist. Keiner. Ein Demo der Spawn hier. Jetzt ist ein Demo. Ach, kacke. Aber jetzt ist auch... Jetzt ist keiner gerade im Gang. Ja, aber er ist immer noch nicht bei 100%. Ich bin best weihnachtig. Warte, ich geh mit ihm vor. Nein, ich geh mit ihm vor. Nein, nein, nein. Ihr wartet, ihr wartet. Nein, 90%. Ich fahre mal rein. Na komm, ich kann's loslegen. Ubi. Warte, warte. Komm zurück, da ist keiner im Gang. Ist er bereit? Lass mal sterben. Warte doch. Da, Klein. Erst wenn der Bock stirbt. Man sieht's, wenn er schon denkst, tot ist und respawn ist. Ist er nicht. Ich seh's doch. Okay. Ach du Scheiße. Jetzt. Okay. Okay. Katerier-Wixer. Oh Gott, das ist so blöd. 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 Was ist das? Das ist so blöd. Ich glaub, das ist blöd. Dann eins hab ich's runterbekommen. Einer hast runtergeholt, was? Von Himmel. Oh, ho, ho. Er hat runterholen gesagt. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, yeah. Oh, yeah. That's delicious. Wieso krittet der Kerl dauernd? Komm jetzt! Goooo! Geheilungsstation hier. Deine Spence sind. Ja, wirklich. Hey, wie sieht's bei denen jetzt in den Swords aus? Erban, bleib stehen. Erban, bleib stehen. Nein! Bleib hier einfach hier stehen und warte, bis ich versagt. Okay. Okay. Die kommen aber. Ja, dann schon. Dann soll das schon gehen. Jetzt! Sag doch was! Bleib stehen hier. Aber... Jetzt kann... Warte, bis die zwei übern. Nein, du Depp! Der hat doch grad jetzt gesagt! Ja, die Sekunde hab ich draufgedrückt. Sekunde, wo ich ja headshotet. Muss ich übern. Echt jetzt? Echt jetzt? Bin ich jetzt nur wegen deiner Misskalkulation gestorben? Du hast so gehetzt, ja. Beil dich! Beil dich! Oxi, wir gehen hinein. Beil dich! Hau rein, hau rein! Ja, hab ich! Einfach vorbei rennen, einfach vorbei rennen. Oh, die overchargen und die overchargen und die overchargen! Wir overchargen auch! Ah, jetzt sind sie tot! Oh yeah! Look love! Ja, das... Weißt du, was das Problem ist? Du killst nicht die Gegner, du rennst dann sie vorbei. Ja, eh! Das geht schneller! Ne, das bringt mir nix, wenn sie mich dann killen. Ja, dann musst du halt wegrennen! Wunderbar! Ich hol's, ich hol's! Hol's einfach hin, lauf weg damit! Jaaaa, heil mich! Du AFK-Idiot! Ich komm schon, ich komm schon! Lauf, Uri! Und wir bleiben zurück! Wir bleiben zurück! Jaaaa! Die bringt die Liebe! Jaaaa! Ich fühl mich grad wie als ob ein T-Rex... Die folgen mir ja gar nicht mehr! Lol! Ein T-Rex folgt mir nicht! Toll! Wie wert hat er? 10 Meter! Und jetzt! Okay, ich stehe zwar daneben, aber nicht alleine... Ein Caption noch! Wir haben gewonnen! Wir haben gerade nur eine Mini-Center! Wir haben gerade nur eine Mini-Center! Hier unten ist gerade nur eine Mini-Center! Maxi, komm! Pass auf! Hier ist gerade nur eine Mini-Center! Wir haben gewonnen! Wir kommen! Oh! Die Krippen, die blöd! Jaaaa! DEMOS! DEMOS! 92%! Ich könnte die Party steigen lassen! Oxy! Los, go! DEMOS! DEMOS! Ich habe die Mini-Center außerdem noch kaputt gemacht! Der ist der gefährlichste hier! Ball! Alter, wie viel hält der aus?! DEMOS! Einfach reinrennen! So! Abracadabra! Michi, bist du noch in ihrer Base? War ich gerade! Aber das ist bei euch vollkommen sinnlos! Also, ich such das jetzt gar nicht mehr! Immer wenn ich das Ding mal hab... Der hat deine Waffe! Okay, das Spiel ist gewonnen! Schon? Ja! Ja, jetzt schon! Leute, das war ein harter Kampf! Ja, geht zwar nicht so schwer! Man hat uns im Team! Das ist was anderes! Also, ich fand das ziemlich schwer! High five, Leute! High five! Too bad! Ptsch! 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 Huxi mit 201 Punkten! Lol! Okay! Auf, heute könnt ihr zwei mehr! Das machen wir nicht! Na gut! Wieder Zeit für Mathe! Das war jetzt lang genug!